Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal den YouTube Live-Simulator. Ähm, ja. Ich hab schon ein bisschen vorgespielt, also ich hab ungefähr eine Million Abonnenten. 500 Tage in Euro, auch zwei Play-Buttons und so. Lass uns davon nicht stören. Also wir müssen hier unsere Fröhlichkeit auffüllen. Wir müssen hier was essen. Ähm, zack. Und wir müssen natürlich auch schlafen. Ähm, Leute, ich zeig euch gleich, was wir noch machen müssen. Weil das Spiel heißt ja YouTube Live, das heißt, wir können auch YouTube Videos machen. So, wir gehen hier dran. Leute, ihr müsst natürlich alle Spiele erst freischalten. So, jetzt klicke ich hier auf diese Dinge. Ähm, zack. Bam. Bam. Und. Bam. So, Leute, wir waren echt gut. Jetzt Upload. Leute, wie viel brauchen wir für den nächsten Play-Button? 100 Millionen. Er hat 10 Millionen Abonnenten. Dann noch 100 Millionen. 500 Millionen. Das Beste. 100 T. 100 T. Oh. Also 100 Milliarden, glaube ich. So, wir machen direkt das nächste Video. Jetzt immer, wenn eins geuploadet ist, kann man erst das nächste machen. Jetzt muss ich es geuploadet. Brillant, habe ich bekommen. Leute, unten rechts steht, ein Roboter greift an. Ich zeige euch jetzt mal, was man dann kann. Ich muss mich beeilen, weil man hat noch eine bestimmte Zeit dafür. Zack. Ich hoffe, ich schaffe es auch noch. Zack, wir gehen hier schnell raus. Denn da vorne ist das Portal offen. Das ist immer wieder ein... Oh, in der letzten Sekunde. Hier ist jetzt ein Boss. Wir müssen hier liegen und ich will nicht gerne sterben. Weil dann ist man wieder raus. Wir haben zwei Minuten Zeit, den Roboter zu töten. Leute, ich habe echt Angst. Ich habe echt Angst. Ich habe das noch nie geschafft. Okay, ich bin tot. Aber ich habe nur dadurch noch eine Million Abonnenten bekommen. Nur dadurch. Boah, geil, Leute. Echt geil. Wir können unsere Fröhlichkeit wieder auffüllen. Wir nehmen erst zwei Minuten auf. Dann können wir noch ein Stückchen essen. Käse für 100. Leute, manchmal sind Internetprobleme. Lasst euch davon einfach nicht stören. So, dann nehmen wir das nächste Video auf. Leute, manchmal steht da drunter auch Trend. Das heißt, das muss man dann sofort aufnehmen. Weil das gibt noch mal einen Bonus. Ich weiß nicht, wie viel. Aber das gibt einen Bonus. Das gibt immer einen Bonus. So, 92,9. So, ähm, und BAM. Das geht echt gut. So, und Upload. Und desto mehr Spiel man voll scheitert, desto mehr geht und so bekommt man. Und desto mehr Playbuttons man hat, desto mehr, also dann kriegt man mal 10 Abonnenten, also 10 mal mehr, manchmal 20 mal mehr und so weiter. So, dann können wir hier noch mal karten. Eine schöne Runde. So, zack. Und BAM. Ähm, BAM. Uh. War das gut. Oh, Leute. Das können wir eigentlich noch mal hier ran. Wir holen das für 1000. Leute, wir gehen gleich kurz mal in den Shop. So, erst mal noch schlafen. So, Leute. Jetzt geht's in den Shoppy Loppy. Ähm, hier durch. Und dann ab in den Shoppy. Nur mal schön ein paar 800.000 gemacht. Ähm, eine Million Euro haben wir. Das heißt, wir können uns einen neuen PC holen. Der sieht hässlich aus. Leute, der sieht echt hässlich aus, dieser PC. Aber ich meine, dieses Kaufen, wie ich gerade gekauft habe. Bitte. Ähm. 400.000 kann ich mir noch leisten. Ähm. Ähm, ja. Ja. Okay, mehr können wir uns auch nicht leisten. So, Leute. Ich habe auch nicht so lange Zeit. Und deswegen nehme ich noch ein Video hier im Spiel auf. Veröffentliches. Und dann ist das Video auch schon vorbei. So. Mit unserem neuen PC. Oh, das meine ich, Leute. Hier ist ein Spiel im Trend. Das nehme ich auf. Ich weiß nicht, wie viel Bonus. Aber das gibt Bonus. Glaub ich. Ich weiß es nicht. Brillant. Cut. Cut. Und. Cut. Okay, Leute. Jetzt warten wir nur noch, bis es geuploadet ist. Und dann ist die Folge vorbei. Ich bin gespannt, wie viel das gibt, Leute. Und. Schneller. Mann. Ich dachte, das wäre schon so ein guter PC. Tee. Okay. Und 100%. Und wie viel kriegen wir? Ähm. Und. Ähm. 600.000 Abonnenten. 300.000 Euro. Und acht. Ihr Mann. Leute, ich werde außerhalb des Videos noch ein bisschen weiterspielen. Lasst ein Ecken abo. Oder falls ihr noch ein paar zwei sehen wollt. Bis dann. Und ciao. Ciao. Ciao.